I am Detektive Ich bin alleine mit Mr. Moore Mr. Moore und Maudardo sind, glaube ich Mr. Möhrenmein Maudardo ist bei mir Bei mir zusammen Bei mir zusammen Jetzt schießt jemand Okay Guck mal, er schießt und wirft die Waffe weg Maudardo hat auf mich geschossen Er lügt, mein Bildschirm ist aus Wenn du Traitor bist, kannst du mich jetzt perfekt erschießen Genau Alles alleine Die Alarmanlagen aus, er ist Traitor Die Alarmanlagen Mäb, 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 mäb Mäb, mäb, mäb Mäb, 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 mäb Oh mein Gott What the fuck Das hat mir sogar Schaden gemacht Du bist ein Geist Jetzt PC spielen Fürchtet meine unsichtbare Tür Ich werde sie wegschleudern Ich werde sie wegschleudern Ich werde alle wegschleudern Oh Mr. Wargames Bei mir Mr. Wargames Wer hat es hier zugemacht Was machst du hier? Oh Granate! Raus hier! I am Detective Warum brennt das da? I am the Detective Oh jetzt ging eine Tür auf Geh ich mal rein Wurde gerade angezündet Und das war sehr errotisch Du meinst heiß Hot, hot, hot Hot in here Oh Ich glaube Zombie ist schon tot Ja Zombie ist schon tot Ich glaube es sind schon einige tot Oh wir werden da geschossen Mr. Mord geschossen Das stimmt gar nicht Alter warum kann ich denn so scheiße schießen So Irgendwie glaube ich Debitur Was hat er gesagt wer Debitur Debitur ist Traitor Mhm Ich glaube hier ist was explodiert Gut gemacht Sehr gut Mr. Morsin Mr. Morsin Okay ich auch cool Das steckt fest Das steckt fest Okay ich glaub dir Komm wir machen den Test Das ist Mordado Warte warte ich kann dich da rausholen Guck mal ob ich dir vertrauen kann Oh schade Ihr wird jetzt alle weggeschossen Es ist Taddle Es ist Taddle Hey ich war's nicht Ich war's nicht Ich war's echt nicht Genau ich bin auf jeden Fall der Todesfalle Ich war's echt nicht Junge Ich war's Ich untersuch ihn Oh Mr. Mors schießt Nene Mr. Mors schießt doch nicht Warum schießt denn alle auf mich Küsschen an alle Du bist Traitor Aber doch nicht Tommy die haben alle auf mich geschossen Töte Mordado Töte Mordado Er hat auf mich geschossen Ich hab kein Leben mehr Ich sterbe Warte ich muss nachhören HAAA Ich hab auch Mordado geschossen Wer das aktiviert Wer das aktiviert Wer war das Warum sollte ich Mordado erschießen Der war doch auch der Mit-Trader Mordado hast du's aktiviert? Was Ja klar Oh Mann Das war eine richtig gute Aktion Ich wollt's aber auch grad aktivieren Mordado Ich hab sogar noch davor gesagt Alter das ist ein Scheiß Moment im Test Hier sind viel zu viele Leute Ich hab keinen gesehen außer dich Und ich wollt grad noch ab Ich wollt auch das grad machen Mordado Weiter in die Richtung Weiter in die Richtung Komm Mordado Ich zeig dir wo die Schrotflinte ist Und dann halt ich sie dir in deinen Mund Geil Nein Nein Peter hat die Schrotflinten geklaut Peter ist Traitor Der hat die Schrotflinte geklaut Aber ich bin Detective Ich hab echt gerne Schrotflinte ne Und ich bin Inno Guck mal hier ist jetzt echt Rauch Ich seh keinen Rauch Also gleich Jetzt ist er hier Die Türen sind echt komisch Zombie ist AFK Ich werd ihn bewachen bis er wieder da ist Der ist gar nicht AFK Der ist einfach im Er ist verwundet Warum ist er verwundet? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß wirklich 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 nicht Oh oh Stille ein Lügen Hattel geht weg von mir bitte Ich mein es nur lieb für die Tür Bitte Hi Peter Hi Was ist das? Oh Zombie ist ja da Kann man die Fenster kaputt machen? Hi Ich verlang eine Heilung Ich wurde angeschossen Okay Werd Sekunde Ich weiß wirklich nicht Ich hab ihn beschützt Mit seinem Leben hat er ihn beschützt Zombie steht bei mir Hallo Nicht so nah dran Alter ich bin jetzt tot Ohne Scheiß Ich lebe hier nicht so nah dran Wollt ihr mir ja blasen oder was? Ist das weit genug weg? Oh ja Wer hat mich denn angeschossen? Wie sich alle da drauf stürzen Ich glaub Mr. Mo Die da war's kaputt Nein Das kann man gar nicht sagen Mr. Mo Mr. Mo hat mich mit der Tür geschlagen Nein 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 das ist mit Verteidigung Ja Mr. Mo Alter Mit Verteidigung schlägt man nicht mein Freund Oh das war Mo da doch nicht Mr. Mo Aua ich werd abgeschossen Ja ich wollte dich schon mal anhaken Soll ich denn darf ich nicht töten? Ne ne noch nicht Okay Er hat sich nur einmal böse vorhalten D-Late sind's wirklich nicht Okay Was soll ich glauben? Er hat mich am Anfangs angeballert Mr. Mo Ich dachte es war Mr. Mo Stopp nein D-Late war vorher bei Zombie Er hat mich angeballert und dann hab ich Zombie beschützt Ich hab Zombie nicht angeballert Doch hast du Ich hab's gesehen Du hast ihn geschlagen Ich hab dich gesehen Du warst an deinem Anal-Ausgang Das hab ich genau gesehen Ich hab ihn geschlagen Geschlagen hab ich ihn ja Ich schwöre bei der Vergewaltigung Er hat mich geschlagen Er hat es doch gerade zugegeben Vor allem wie Mr. Mo die ganze Zeit nichts sagst Alle Rätsel rum Wer es gewesen sein könnte Ich sag nichts Mr. Mo sieht's und sagt auch gar nichts Hallo Tadda Mr. Mo Ja Ja was geht Du sollst dich heilen Das könnte gefährlich sein mit deiner Autosniper Oh yeah oh Oh da hat's geraucht Ich hab geraucht Ich bin Traitor Ich werde mich schlagen Ich will eine coole Waffe haben Ich rein einfach durch den Rauch Mit einer Krampfbar 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 Da liegt eine Oh Geil Wer ist jetzt gar gestorben? Jetzt hab ich auf den Boden geschossen Warte Das ist Blut Alter wer Da gibt's dann beide Hälfte Zorn wir um Mordado Zorn wir um Mordado Zorn wir um Mordado Okay Wir töten sie Wir töten sie alle Der vorne aus dem Büro Mordado Ja oh Feuer Fire meine Freunde Ich bin so schlecht Bist du gestorben? Nein Watter mich nicht trifft Ich bin besser dran wenn ich mit einem Fass werfe alter Ja geil Jetzt hab ich aus Versehen die Waffe gewechselt Und du triffst mich nicht Ja Du triffst trotzdem nicht Nein Oh Woher kam der denn? Aha Eckencampen Ftw Taddel Ganz ruhig Taddel Ich hab keine Angst vor dir alter Ne ne komm komm ich hätte dich dann locker erschießen können in diesem Abteil Ja du hast meinen Hut gesehen was erstmal eingeschüchtert Auf jeden MFG Ich schwör auf deinen Hut Oh yeah Guck auf meinen Hut Okay Rauch Ich bin heute mal der Türmann Ich trau euch allen nicht Ich trau euch allen nicht Warte ich tu die Tür mal weg Ah ist reinwerfen Okay da hat irgendwas geschossen Ich weiß nicht ist da jemand drin? Ja ich bin da drin ich bin im Rauch Ach so Du hast eine schöne Türe mit der du mich umbringen willst Nein nicht im... Ach ging das? AHHHHH Hallo Zombie Geil hier ey Wer hier so eine Feuergranate reinwirft Ist der Gewinner Oh nein bleiben alle hier Ich will da weg Ich will da weg Ich steck fest Taddel geh weg bitte ich will raus Oh nein Taddel du musst die Lech töten dass wir frei raus kommen Nein ich will frei 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 ganz ruhig Ich kann mich nicht mal weg teleportieren weil es zu eng ist Warte warte ich werd im Discom Moderator rein Nein wer ist es? Oh Was ist passiert? Krass Wer ist gestorben? Alle? Echt? Wer ist gestorben? Fuck Ich lebe doch Taddel Ja Warum bist du nicht tot? Warum bist du nicht tot? Warum bist du nicht tot? Ja sauber Wer hat die G-Hack-Bobbe gezündet? Ich Das war so geil in dem Raum alle Akkus irgendwie zu werben Ich hab's nicht mitbekommen Ich komm seit dann weg teleportieren Boah guckt euch den Raum mal an der ist obergeil Guckt euch den Raum mal an Guck rein in den Raum Taddel schnell Amp Wer ist Traitor? Delay weil ich bin Detektiv und er seit er ist Detektiv Oh wer schlägt denn da so? Der Schleckri Der Schleckri Hallo Ja Geh weg Ist die MP5 gut? Nein geh weg Ich würde auf gar keinen Fall mehr reingehen Nicht mehr reingehen Okay schade Die ist gut Die ist so wie die Mac-10 Im Reichstag drinnen Frap Frap Achtung Delay ist bei mir Ja ich darf machen was ich will Weil ich bin Detektiv Delay ist bei mir Das ist so ne Vino so viel von mir Ja das war so witzig Der hat eine Granate geworfen Der hat eine Granate geworfen Tja Geht auch nachgucken Geschnossen Geschnossen? Oh du Arschloch alter Wenn da jetzt einer drinnen wär Du bist doch der Detektiv Du musst ein bisschen Ne? Also normalerweise hätte gedacht Du bist Traitor Ah ist zu Peter 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 Es ist Taddel Peter Es sind alle Nein 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 Wo ist Taddel überhaupt? Taddel ist noch was bei mir Kollege Okay irgendwie Wer lebt noch? Ja ich? Und Zombie? Und es ist noch kein Traitor tot? Ja ne es leben mehr Auf jeden Fall Taddel lebt noch Taddel schießt auf mich Taddel ist es Vielleicht dachte Taddel auch du wärst es Kollege Ah hat sich weggeportet schon wieder Es funktioniert jedes Mal Es funktioniert jedes Mal Erneut Okay auf mich wurde gesnipert Es ist noch Debitor Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch? High five Taddel Oh dann sind wir beide Dann haben wir wieder Traitor Nein Warum tutest du mich einfach? Weil du aus dem Map geklitscht bist Da kommt man nicht raus Oder uns? Aber die ist gar nicht so schlecht die Waffe